Die Socken sind lustig, sie sind lila und rot. Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. Warum willst du diese Orangen einpacken? Ich brauche diese Sandalen, aber der Koffer ist voll. Wir brauchen weniger als 10 Flaschen Weißwein. Wo ist mein Kassenzettel? Möchten Sie zwei oder drei Tüten kaufen? Sind Packungen nur genug? Ich habe schon eine Tüte, danke. Ich schon eine Tüte. Danke. Ich habe ... bitte ... 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 Ich plane, eine Reise zu machen. Ich plane, ein Reis zu machen. Die Kinder planen, spielen Kannst du bitte unser Badezimmer putzen? Putzen Ein Geburtstag Kannst du unser Wohnzimmer auch putzen? Du, unser Wohnzimmer Putzen 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 Das Wasser Sieben und Jede Person bekommt ein Brötchen Warum ist dein Dein Du Trink nicht immer meine Cola Viele Leute Kommen Leider kommen können kommen Eine Person muss einen Volleyball mitbringen. Viele Leute kommen Sehr gut, die Wohnung ist jetzt wirklich ordentlich. Gut, die wohn ordentlich Du bist ein Schatz. Fährst du mit deinem Bruder zum Flughafen? Flughafen Ich will keine Hausarbeit machen, ich bin müde. 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 Wir brauchen 37 Tassen für die Gäste. 37 Gäste Leute Grillparty Diese Künstlerin malt gern im Park, kennst du sie? Ehemann Diese Frau kennt dich, kennst du sie? Möchte ich Kollegen einladen? Kennst du auch meinen Kollegen? Freundin Ich Frühstücken Warum lädt sie mich nicht zur Grillparty ein? Ich muss einen Kuchen für die Grillparty einkaufen. Er lädt eine Band zur Party ein, richtig? Musst du Bier für die Grillparty einkaufen? Musst du Bier für die Grillparty einkaufen? Ich lese manchmal mit meiner Mama ein Kinderbuch Kinderbuch Welche Komödie willst du mit deinem Bruder sehen? Welche Komödie willst du mit deinem Bruder sehen? Möchtest du mit deinem Bruder eine Komödie sehen? Ja Möchtest du mit deinem Bruder eine Komödie sehen? Möchtest du mit deinem Bruder eine Komödie sehen? Möchtest du mit deinem Bruder eine Komödie? Gähnen Welche Komödie willst du mit deinem Bruder sehen? Welche Komödie willst du mit deinem Bruder sehen? Post Kennst du diesen Jungen? Und dieses Kaufhaus ist neu. Willst du dieses Kleid kaufen? S-Bahn Meine Mama kennt den Elefanten, sie arbeiten zusammen. Freundin Enkel Diese Kinder gehen samstags nicht in die Schule. Samstags Schule Wann kommt Bahn Der Student studiert Geschichte, er wohnt unten. Student Stud Gesche Er Wohnt Unten Gebäude Ist Hoch Es gibt einen Elefanten im Zimmer, er heißt Paul. Elefanten Paul Die Frau ist meine Mama und der Junge ist ihr Enkel. Mö Meine Tochter kennt den Jungen, sie sind Nachbarn. Die Frau ist meine Mama und der Junge ist ihr Enkel. Die Frau ist meine Mama und der Junge ist ihr Enkel. Das Konzert muss aufhören, es schneit. Aufhören Meine Frau mag die Musik von Brahms nicht. Party Zu Aufhören Die Wohnungen sind neu und teuer. Sind teuer Hat Mehr Familienhaus Kennst du unsere Chefin? Sie heißt Angela Merkel. Das Konzert muss jetzt anfangen. Wo ist die Band? Ich kenne das Stadtviertel nicht, ich bin neu hier. Nee Hier Es gibt fünf Parks in dem Stadtviertel. Ich mag unsere Nachbarin, sie ist sehr nett. Unsere Nach Nett Kennst du dieses Stadtviertel? Die Tom und ihre Tochter hören nur klassische Musik. Mia, Tom und ihre Tochter hören nur klassische Musik. Es gibt fünf Parks in dem Stadtviertel. Mia und ihre Tochter hören nur klassische Musik. Spielt dein Neffe wirklich Geige für die Oper? Spielt dein Neffe wirklich Geige für die Oper? Mein Neffe kommt ganz bestimmt in die Oper mit. Lieblingsband Wir treffen uns. Ich mag Handball. Kann ich zum Spiel mitkommen? Mitkommen Park hat Park 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 Jedes Konzert fängt um 8 Uhr an. Park Park Wir sehen siebzig Spiele An Magst du auch Handball? Du auch Handball Hören Spiele Auf Auf Immer Auf Können wir uns um 10 Uhr treffen? Können wir uns um 10 Uhr treffen? Können wir uns um 10 Uhr treffen? Fährt der Bus zum Stadion? Fährt der Bus zum Stadion? Was ist dein Lieblingsteam? Wir Sehen Spiele Ja Fährt der Bus zum Stadion? Fährt der Bus zum Stadion? Ja Fährt der Bus zum Stadion? K Meine Schwester will ihrer Frau ein Lied singen. Sekt Mein Vater kauft meiner Oma immer Rosen. Mein Vater kauft meiner Oma immer Rosen. Das ist praktisch. Die Cool Gut Meine Eltern lieben dieses Lied. Kannst du es singen? Lieben Dies Lied Singen Mann Gast Die Hexe, Nina, gibt ihrer Katze eine Karotte. Nina gibt Karotte Mein ist Perfekt gut gemacht Willst du ein Glas Sekt oder ein Bier? Du ein Bier Ja, ich kenne alle Gäste hier. Kennst du wirklich alle Gäste? Wirklich Gäste Eine Kaffeemaschine ist sehr praktisch. Diese 5 1 5 2 5 1 Vielen Dank. Diese Frau ist unser Gast. Meine Schwester will ihrer Frau ein Lied singen. Mein Vater kauft meiner Oma immer Rosen. Überraschung. Cool. Gemacht. Vielen Dank.